Ja, Tag vorteinander, Glück auf, Ahoi, Schalömmchen und Moin. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind in Winterberg. Wahnsinn, wir haben ja auch Hochsommer, 26 Grad. Ja, die Anfahrt war schon spektakulär, turbulent. Nach ein Kilometer hat mein Papa schon den Boden geküsst, mitten auf der Rüttenscheider Straße und wurde vom Hänger umgeschmissen. Alles gut gegangen, von Essen nach Dortmund mit dem Zug. Ja, Fahrradmitnahme ist schwierig, da muss ich zu gegebener Zeit nochmal was zu erzählen. Ja, jetzt ist erstmal Urlaub, wir entspannen uns, bisschen essen, bisschen trinken, vor allen Dingen ordentlich einschmieren, hier ist Bullen heiß. Und dann erkunden wir erstmal den Ort, wir bleiben noch einen Tag hier und starten morgen dann von Winterberg aus nach Meschede. Jo, wir orientieren uns erstmal und ich würde sagen, bis später. Mehr als ein Rinnensaal ist es nicht. Da ist sie. Die ganz junge Ruhr. Hier, das ist es. Und wenn man mal fühlt, ist es richtig kalt. Wunderschön. Hier ist ein Rinnensaal. Das ist ein Rinnensaal. Das ist ein Rinnensaal. so und hier für die touris die ruhrquelle eigentlich ein paar meter weiter oben wie schon eben gesehen herrlich und auch das ist nordrhein-westfalen man hält es nicht für möglich ich bin ja immer noch der meinung ich bin im allgäu wenn man mal hier so guckt